ich finde es immer cool wenn es einfach neue marken in der drogerie gibt die so ein bisschen darauf achten was für die haut zu tun und durch schenja habe ich erfahren gehabt im letzten jahr noch das ist die marke q&a also q plus a gibt und wie ich das produkt finde ich habe das für einen serum ausprobiert das erzähle ich dir nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und ich stelle hier kosmetik vor ohne plastik ohne tierversuche vegane kosmetik und nach möglichkeiten sollten sind wieder mit bedurftet sein oder gar nicht bedurftet sein und wenn marken komplett auf duftstoffe verzichten weil das hat in der pflege gerade in der gesichtspflege nichts zu suchen weil duftstoffe machen nichts auf der haut dann wird für mich halt einfach interessant da bin ich hergegangen und habe mir das hyaluron und säure serum mal besorgt und so ein bisschen probiert und ich habe mich mit dem serum das kartonchen dazu habe mir viel zeit gelassen muss ich wirklich sagen jetzt kommen wir mal zu den positiven dingen es ist ohne duftstoffe das ist wirklich positiv ist es ein veganes serum es ist hier versuchsfrei und man bekommt ganz ganz leichter rossmann preislich gesehen ist es auf jeden fall günstiger genau man zahlt für dieses serum hier 7 euro 99 die menge ist auch handelsüblich also 30 milliliter also solche fläschchen sind meistens wenn man glück hat noch ein bisschen größer ich habe jetzt ein 50 milliliter fläschchen von der marke die ich ausprobiere aber in der regel hat man immer so diese standardgröße 30 milliliter was da wirklich cool ist du brauchst von den sachen nicht mehr das ist ein sehr dünnes serum ich bin eher jemand ich mag die dicker aber an der dickeren variante ist ganz oft das problem da ist kunststoff mit dran da wird ganz oft für die textur wird da entweder in karbonia eingebaut oder es wird irgendwie ein anderer kunststoff mit drin verarbeitet dass die textur schöner ist einmal um das produkt eventuell stabil zu halten oder eben dass es einfach schöner aussieht weil der kunde das irgendwie schlimmer findet das ist ein sehr flüssiges serum und man sollte anhand dessen auch so ein bisschen davon ausgehen jetzt verzichten die schon auf duftstoffe vielleicht verzichten die auch auf kunststoffe in diesem produkt ja in anderen produkten leider nein in dem waschgel ist kunststoff drin und das verstehe ich gar nicht es soll aber um diese serien gehen ja ich bin ein hyaluronsäure fällen ich habe mal über das thema hyaluronsäure faktencheck gemacht den werde ich dir auf jeden fall mal unterscheiden da ist das salz der hyaluronsäure tun das muss nicht schlecht sein das muss definitiv nicht schlecht sein es kommt immer darauf an was du von deinem serum erwartet viele inhaltsstoffe gibt es hier nicht in dem fall sind die wenigen inhaltsstoffe nicht sehr aufregend spricht die formulierung ist eher mau was ich schade finde denn man hat am ende des tages eben schon 7 euro 99 ausgegeben glycerin steht nicht ganz vorne es steht nach dem hyaluronsalz was auch nicht unbedingt toll ist denn glycerin hat eine feuchtigkeit fördernde wirkung auf der haut es lässt sich gut auftragen auch wenn es flüssig ist ich nehme halt immer eine ganze pipette und geht mir das aufs gesicht ich mag diesen frische kick das ist für mich kein problem und ich komme auch irgendwie damit zurecht dass das produkt recht dünn ist also gerade wenn ich morgens irgendwie das auftrage hilft mir halt auch die sonnencreme ein bisschen besser in die haut zu kriegen abends hilft mir halt einfach besser irgendwie reichhaltige pflege in die haut zu bringen ich mag das halt weil ich verwende nicht immer gesichtswasser und aber so ein feuchtigkeitskick möchte ich schon jetzt stelle ich mal einen vergleich auf denn wenn man schon im rossmann ist dieses performance serum von isana für 4 euro 99 auf die 3 euro gespart ist von der formulierung leider viel 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 besser und das kann da einfach überhaupt null überhaupt nicht mithalten denn sprich schlicht und einfach da ist die formulierung besser das sind die inhaltsstoffe besser sind gespannten 0 allatonin drin urea ist drin und das kann hier dieses teilchen einfach nicht bieten denn ich bin natürlich schon so ein bisschen auch davon rausgegangen das ist ein bisschen teurer also kann es vielleicht vielleicht ein bisschen mehr kann es leider nicht und das ist echt schade also das wird definitiv kein wiederholungstier das ein klar ist gut tut man haut gut ich mag mir lohnen säure und jemand der eine ausgiebigere routine hat der sich unterschiedliche dinge aufs gesicht gibt und vielleicht gerade die stoffe aller tonnen und panthenol urea vielleicht in anderen produkten was er sich so oder so aufs gesicht packt drin hat dann dürfte das okay sein aber dann macht es das serum ihr ein bisschen überflüssig muss ich sagen denn wenn man es in anderen produkten mit drin hat hat man es hat man die höheren uns oder auch irgendwo in der routine mit drin bei inhaltsstoff sozusagen macht hat für mich wirklich echt uninteressant ich wollte der markt hier mit dem serum den chance geben ich habe mir das gesichtswasser auch von der marke geholt war dafür darüber wird ja echt schwer mal gucken wie ich damals so zurecht komme aber ich muss wirklich zugute halten es gibt wenig marken die in die drogerie kommen die gleich sagen die duftstoffe das gehört nicht in unsere pflege und da muss man das club oder q&a einfach zugute halten man hat eine minimale verpackung die gleiche verpackung kennt man ja schon von und ich finde auch dieses outfit richtig hübsch und auch hier noch mal weil wir hier ja immer wieder neue leute zu gucken den hinweis niemals luft ins produkt packen das heißt pipette raus auf den auf den kopf drauf drücken in die flasche da rein und dann erst loslassen denn machst du es andersrum pumpst du luft in das produkt rein und das ist nicht ganz so gut also so machen und da hat man wesentlich länger vom produkt wie schon erwähnt ich werde es nicht mehr kaufen ich finde es nicht super schlecht ich habe auch schon schlechtere produkte verwendet aber so ist es halt einfach das geld leider nicht wert da greift man lieber steht man schon vor dem regal da greift man lieber zu dem isana produkt hat drei euro gespart hat aber mehr inhaltsstoffe und das produkt ist einfach einzigartig gut vielleicht noch dazu gesagt das hier klebt gar nicht na also es gibt überhaupt nicht mehr dieses kleben von diesen dickeren hyaluronsäureprodukten nicht mag das hier klebt überhaupt nicht falls du eine andere meinung zum produkt hast und sagt das ist der heilige kral schreibt es unten in die kommentare also wenn deine meinung von meiner abweicht das ist immer wichtig sich auszutauschen denn jede haut ist anders jeder typ ist anders jeder findet was anderes gut und vielleicht funktioniert das ja für dich für mich hat es leider nicht funktioniert und 7 euro 99 sind wir für den preis halt einfach schlicht und ergreifend zu teuer ich merke mich an der stelle wieder ab bedanke mich bei dir fürs einschalten gibt mir gerne einen daumen nach oben und hinterlassen den kommentar ich sag danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal macht's gut